ok leute es geht weiter man die das mit die musik ist geil ich bin aber jetzt einfach durch ich habe keinen bock mehr ich habe einfach keinen bock mehr drauf das dauert einfach zu lange ein pilz was mache wollte sie gerade selbstständig weglaufen wegfliegen einig aber schon ein großer wunder die grafik von super mario land 1 und 2 das ist ein riesen fortschritt glaube ich nein ist eigentlich ein riesen fortschritt sieht man ja bei 1 sah das sehr so hingekritzelt aus stecken geblieben oder ist kurz gerückelt aber kein problem wenn es geht wenigstens weiter ja ein riesenunterschied wollte ich sagen ja sieht man ja richtig 1 und 2 ich hoffe die rücke fehler kommen nicht oder es kommt nur wegen dem spiel oder wegen darum scheiße ach du scheiße haben sie geschafft habe ich es geschafft habe ich es endlich geschafft mich durchzukämpfen durch diese missgeburten stein sterne ach man kommt jetzt irgendwas schönes für mich nein ist ja klar es kommt nie was schönes für mich was das ff klunter klunter teil aus speicherpunkt ja speicherpunkt jetzt rüber mit dir rüber ach du scheiße so knapp oh man zu knapp geschafft und jetzt kommt der boss oh ein kobold in meinem raumschiff und warte ok es geht weiter hm wo land ich nein dank wir sind wieder beim boss wie konnte man wie konnte man ihn wieder besiegen man ok es geht weiter ach so wie geht das denn ich habe ihn auf den kopf getroffen was los warte das geht einfach nicht das regt mich jetzt langsam auf aber richtig ok es geht wieder weiter ich glaube es kommt langsam runter ach dieses spiel will mich einfach verarschen man ich tic gleich aus aber richtig warte ok ich schwör auf alles was kriegt mich langsam ich werde diesen boss in dieser runde besiegen ey ey wie hat er mich jetzt getroffen oh man wartet ok es geht weiter ah ok ich glaube ich habe den dreh langsam raus noch einmal zu mir dann hast du dann hast du dein ende geschafft endlich haben wir es geschafft jetzt haben wir die letzte münze endlich man endlich jetzt haben wir alle münzen jetzt können wir zu mariland 2 nein ins wario schloss glaube ich supi und die tür öffnet sich die böse tür öffnet sich äh dracula ok ich weiß schon dass es böse ist ok ich glaube ich gehe jetzt mal endlich in die große festung rein mhm ah wario du schiller oh es geht langsam rein mit uns die letzte festung und die übertreiben wir gleich mit diesen komischen kugeln hier maaan fickt euch ey das ist jetzt ein witz oder ey guckt euch mal diese große piranha pflanze wie soll man dieser komischen kammer mehr da teil da fickt euch leute man nicht euch zuschauen nur diese komischen monster da wartet ok es geht weiter man mikrofon mikrofon mal kurz einstellen richtig ok das ist gerade gegen meine nase gekommen und das hat ein bisschen gekitzelt aber egal ey ach man ach du scheiß wenn mich dieses teil da trifft ok 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 ach du scheiß ich habe richtige angst hier ey man wartet oder nein einfach rein einfach rein mit uns wenn ich jetzt mein ganzes leben hier verliere ist es halt so da kann man auch nichts machen da kann man einfach nichts machen außer besser spielen vielleicht ok geschafft jetzt so hä was ähm glaube ich muss erst hier warten was ey sag jetzt nicht ich muss einfach durchlaufen oder wartet ok drei minuten ach du scheiß ich glaube ich werde hier richtig abkacken aber richtig man ich dachte das Spiel ist leicht aber ich habe mich wohl da geirrt komm her du man ich tippe gleich aus erst diese Raumschiff Raumschiffwelt und danach sowas oh nein nur ein leben was los mit mir du scheiße egal zu glück habe ich ein safe state gemacht zu glück zu glück arbeite ich mit safe states ey du ich bin tot das game over das erste mal oder wartet hallo leute es geht weiter ja ich habe wieder safe states gemacht und ja wie ich gesagt habe habe ich jetzt wieder alle vier leben außer äh außer null du ey ich egal ich versuche jetzt mal ohne ich versuche einfach mich mich zu beruhigen und einfach durchzukommen hier ok der Trick war bei diesem Teil hier was achso ok ok schon verstanden schon verstanden wie der Trick funktioniert ok ok aber den muss ich jetzt noch richtig präzise einsetzen ok ey du oh man das treibt mich zur Verzeiflung aber richtig dieses Dungeon diese Welt diese komischen Kugeln da oben die sind doch übertrieben was los mit diesen komischen Kugeln man diese scheiß Kugeln ich dachte schon der hat mir diese Feuerkugeln in den Arsch gepustet ok geschafft leute ich muss auch noch mir wenden tschüss